Hey Nadja, schaffst du es heute noch spontan ein E-Casting zu machen? Und sprich doch noch die anderen Rollen dazu, das ist lustiger als ein Monolog. Habe ich gemacht. Viel Spaß dabei. Ich weiß genau, wie Sie sich fühlen müssen. Sie finden ja überhaupt keine Arbeitsplätze mehr. Grünflächen werden zugebaut, es gibt keine Blumenwiesen mehr. Und genau deswegen brauchen wir fleißige Leute wie Sie, die nicht lange überlegen, sondern handeln. Darum schaffen wir Arbeitsplätze für Sie. Blühflächen an unseren Logistikzentren. Das nenne ich mal Teamgeist, oder? Also ich bin eher Einzelkämpferin. Ich bin eine Wildbiene. Das mit dem Team, das sind die Honigbienen. Ja, klar. Aber Honig ist unser Thema. Honig mache ich leider nicht. Bestäuben. Einsatz für die Welternährung. Das ist meine Aufgabe. Klar. Wusste ich doch. Also dann. Willkommen im Team. Also vielleicht nicht willkommen. Im Team meine ich. Einzelkämpferin. Schon klar. Ja. Ja. Das ist mein Tag. 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 Ich halte dir das heiß.